Dass man ja dafür, dass man dieses Potenzial einschätzen können sollte, müsste, wie auch immer man das sagen möchte, ist ja eben eine Kenntnis des Menschen notwendig und das passt ja eigentlich sehr, sehr gut auch in unsere Ideen oder Konzepte, die wir jetzt immer wieder ansprechen, nämlich dieses auch informelle Kennenlernen und quasi das Team im Blick haben, weil ja dieses Kennenlernen tatsächlich nur funktioniert, wenn man die Menschen auch wirklich kennenlernt. Also es kann quasi nicht funktionieren, indem ich immer in meinem eigenen Büro sitze sozusagen und nie irgendetwas mit dem Team zu tun habe oder das Team halt nur in ganz bestimmten, sehr arbeitsspezifischen Kontexten sehe, in einem Projektmeeting, in einem Schurfix, in einem Quartalstreffen oder wie auch immer, sondern da geht es ja eigentlich genau darum, dass ich die Menschen so weit kennenlerne, dass ich vielleicht besser einschätzen kann, welche Potenziale überhaupt drinstecken, weil das ist ja quasi, jetzt fällt mir dieser Spruch nicht ein, den wir immer aus der NFL, aus dem Football so gern immer gesagt haben zum Thema Potenzial. Vielleicht fällt uns der noch ein, der war nämlich ganz, ganz, ganz interessant, so ein bisschen ein Gag. Ich glaube, du meinst Potential means hasn't done anything. Ja, genau, genau, ja, genau. Also quasi das Potenzial zeigt quasi an, was man noch nicht geschafft oder gemacht hat. Und gleichzeitig muss man das aber natürlich, quasi jetzt Spaß beiseite, diesen lustigen Spruch beiseite, ist ja finde ich das das Interessante dann, dass man dieses Potenzial, was man noch nicht geschafft hat, das müssen ja beide Menschen abdecken können oder verstehen können, sowohl die Führungskraft als auch der Mitarbeitende selbst. Und ich finde, das ist ein super Start, dass man sagt, deswegen ist ein Wohnungsgespräch auch wichtig, weil es einfach so viel Potenzial hat, daraus irgendwas zu entwickeln, finde ich.